hallo oh, entschuldige, entschuldige hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown ja, wie ihr gesehen habt, spielt die Dina mit und der Daniel und wir waren auf der neuen Map ich war ein bisschen schreckhaft leider was ein bisschen nach hinten losgegangen ist aber ansonsten war es eine echt geile Runde wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und würde mich über ein Like freuen ein Kommentar wäre ganz geil für den Algorithmus und ansonsten haut rein, viel Spaß gehen wir Weeping oh, hier ist heilig ok ok, wer nimmt denn den Clou von euch da? hier ist eine Kasse ja, ich wollte den gerade holen ich stand schon daneben stehen die irgendwo auf dem Sniper Spot? ich sehe halt hier gar nichts oder Enkenfach ja, ich habe es gerade gesehen deswegen bin ich runter bist du drin? ja, ne? ne ich bin drin zumindest hier unten hallo? oh, entschuldige, entschuldige mann, Alter komm, mich heilig komm her, komm her ich bin schajach, ey ich mich auch ich gucke nach rechts auf einmal stehst du da ach, du hast mich gesehen nein ey, sag mal hallo ich habe mir mal vom Stuhl gefallen ich habe mich keiner mehr wo schießt er denn jetzt? ich habe mich so hier geht's gar nicht rein ich habe mich so erschrocken ich hätte dich fast kaputt geschossen halbes Leben hatte ich noch jetzt wissen die, dass du eine Auto hast ja ich schmeiß mal was rein ja, ich weiß gar nicht, wo wir hier ansetzen sollen anderes Team ausm Westen er kommt mal hier zu mir am besten angehittet, zweimal Team kommt, Team kommt jetzt wird's stressig ach, du Scheiße ich bin genau im Sandwich oh, kacke kannst du hier rüberkommen? ne China hier ist offen aber ich sehe nix probier's aber da ist was drinne, definitiv ja, oh Gott war zu geschafft oh ja, hinter uns was machst du denn? das Fenster kaputt 3 teams ach, herrje sorry, aber das ist so ne geile Runde wenn die Scheiße mitläuft oh nein, hinten auf dem Dach der piekt nicht mehr da kommt ein Zombie ach, du Scheiße Tür ist offen hab ein nice wir müssen da irgendwie rein ich nehme mal auf ach, du Scheiße Tina Tina so viel leuchten hab ich noch nie gesehen ehrlich? ja ich weiß nur nicht ob drin oder draußen die sind hier über mir, glaube ich also draußen ja drinnen guck mal einer ist hier direkt über mir ja genau, hab ein hab ein, hab ein guck nochmal ja, den hab ich gerade ach Manni, das ist doch nicht mehr normal heiligsplexe heiligsplexe also hier drin ist doch keiner mehr hast du Sicht, Tina? ja, ich hab geguckt die sind alle draußen ey, wieso fallen die bei mir nicht um? es gibt einen am anderen näher ich kapier's nicht die sterben hier wie die fliegen wo ist denn der, den du kielst, hast bitte nochmal noten für sich der brennt schon ähm, nicht gut ich glaube, die waren nur zu zweit die sterben hier wie die fliegen, ne? zwei Mann sehe ich noch da hinten 345 oh ne, sind wieder vier Mann oh Gott, komm rein, komm rein, komm rein das ist doof, die haben halt alle hinter diesem Berg gefightet, ne? gibt's keine Sicht mehr ich hab noch vier guck nochmal kurz fuck Mann, da läuft einer oh, einer ist hier unten irgendwo oder zwei einer, nur noch hä? da, liefer oben am Berg hab ihn jawohl jawohl, da ist noch einer am Berg der hat Hit ganz hinten läuft nur einer aber das ist ja wieder Delay des Todes, oder? echt? ne, find ich gar nicht bei mir ja bei mir gar nicht oh, einer ist tot hier ritt ich nur noch einer jetzt ne, noch zwei einer ganz da hinten da läuft er ich treff den ich auch nicht ich auch nicht Pistol halt, ne? oh, Tina, können wir mal die Scherben einsammeln hier das ist ja fürchterlich noch einer tot er ist nur noch einer den müssen wir pushen, oder? nur noch ein einzelner oben auf dem Berg das war's das war's ja heiliger Kräuterklaus das war's oh, da ist noch einer tot Avto regelt die Waffen guck mal hier die Waffen seht ihr das? was? ich, ich lauf der Waffe hinterher die rutschen dem Werkrad runter seht ihr das? wie geil ist das denn? die rutschen ja wie sieht's denn aus? ich hab noch gar nicht geguckt du das hier nicht ah, ne Dolch ja da war jetzt leer ich glaub die Dolch ist bugged Tina, bist du drin? ja, ne? hm der Schlachter schreit hier mal bei Teamdetails gucken oh der eine hat ne KD von 0,18 aber der hat neu angefangen ein Spieler hat er getötet und elfmal ist er gekillt worden oh der hat 0,67 oh der ist der ist übelst viel gekillt worden und der das ist der